Ja, was soll ich jetzt? Ah, okay. Zwei Duschen. Einmal Basic. Ach, okay. Einmal 40 Prozent weniger. Und ihr meint, das funktioniert? Absolut. Bei gleichem Wasserdruck? Ich bin gespannt. Ich hab hier ja eine Dusche. Aber die Dusche, die ich hier habe, die ist ja so ein Stab hier. Und da ist der Wasserdruck natürlich vielleicht, kann dann der eine oder andere sagen, oh, das ist ja nochmal anders. Opa. Jetzt pack ich die hier mal eben druck. Okay, die hat schon einen ordentlichen Mittelstrahlen. Also es ist ja, sonst wird Venko da nicht mit rauskommen, bewiesen, dass die andere jetzt 40 Prozent weniger Wasserverbrauch hat. Der Clou hierbei soll ja sein, 40 Prozent weniger bei gleichem Wasserdruck. Da bin ich jetzt gespannt. Leck mich am Arsch. Ja, also ich dusche ja immer mit der Großen, Nicole mit der Kleinen. Stab Dusche AD, die ist konfisziert. Und da darf auch meine Frau mal länger duschen.